Ich zeige euch jetzt eine ganz spezielle Firma. RMP, Robin Modulbau, die machen ganz coole Sachen. Also Lies, wir stehen vor deinem Haus, das Robin Modulbau produziert hat und was sagst du dazu? Wie gefällt es dir? Ja, ich bin überwältigt. Es ist groß, richtig groß und wunderschön und jede Überlegung und jede Planung zu 100% wert. Freut mich wirklich, dass ihr zuhört. Wir haben das wirklich gemeinsam seit eineinhalb Jahren geplant, produziert. Es sind Tränen gelaufen, wir haben zusammen gelacht, geweint und jetzt steht es da, voll zusammengestellt aus unserer Modulbauweise. Das bedeutet, dass das Haus zusammen 180 Quadratmeter hat, besteht aus sieben Modulen, die auseinander genommen werden, auf die LKWs gestellt, geliefert und dann wieder am Grünstück zusammengestellt. Also das ganze Haus ist schon hier zu 99% fertig produziert und wird dann nur auf der Baustelle zusammengestellt. Also das ist schon etwas ganz Neues, oder? Ja, es ist das Ärgste. Es ist definitiv die zukunftsorientierte Bauweise meiner Meinung nach. Man ist flexibel, das ist genau das, was der Chris und ich eigentlich wollten. Wir haben in dem Fall Pachtgrund, den wir jetzt haben, wo wir für den Grund Miete zahlen, unser eigenes Haus draufstellen können und gegebenenfalls auch wieder mitnehmen. Und das war der Hauptpunkt, warum wir uns für diese Art und Weise zu bauen entschieden haben. Und wir sind mit euch wirklich zu 100% zufrieden. Das ist eine Riesenqualität, was da abgeliefert wird. Wunderschön durchdacht und architektonisch sehr schön umgesetzt im Endeffekt. Und ja, ich freue mich auf den Tag, wo wir dann im Endeffekt wirklich dann drinstehen. Ja, also da in dem Haus ist viel von euch drinnen. Also ihr habt wirklich jedes Raum, jedes Fenster ist nach euren Wünschen, euren Vorstellungen gemacht. Weil ihr habt euch lange einen gemeinsamen Heim zusammengebaut, langsam. Und jetzt ist es von dem Blatt Papier endlich in die Realität umgewandelt worden. Und das zeigt auch im Modulbau Exklusivität. Wir arbeiten mit den besten Materialien, wie auch eine holzhohle Isolation, was wirklich euer Haus warm halten wird. Unsere vorher verzinkte Stahlrahmenkonstruktion, was wir als fast einzigste Anbieter in der Modulbauweise anbieten. Das Haus wird so lange bleiben, wie ihr zusammen sein wird. Also für ewig. Und auch Individualität ist ein großer Punkt von uns, was auch sieht, dass jedes Haus anders ist. Auch wenn es gleich groß ist, ist jedes Haus anders umgestaltet, weil die Innenrahmenaufteilung ganz häufig überlastend ist. Und es freut uns, dass man wirklich so etwas Schönes zusammengebracht hat. Ja, ich bin auch noch einmal echt dankbar für den ganzen Einsatz von euch. Und überwältigt, wie wunderbar professionell und individuell die Umsetzung dann war. Das war schon auch ein wichtiger Punkt, dass es individuell ist. Dass man wirklich unsere Wünsche umsetzen können und auch selber planen kann. Ich bin ja sehr architekturaffin und das war schon wirklich eine große Leidenschaft dahinter. Und deshalb bin ich umso mehr erfreut, wie das Ergebnis jetzt im Endeffekt ist. Und das nächste Mal kommst du mit zum Kunden und wir zeigen zusammen das nächste Mal raus. Ja, genau. Ich habe dich gefreut. Danke mir auch. Bis zum nächsten Mal. Ich habe ihn erwähnt. Amen.